Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft und zwar diesmal den neuen Modus Zombie mit mir dem Chris und ja ihr wundert euch bestimmt warum gerade kein Call of Duty kommt das liegt ganz einfach daran dass ich verplant habe die Black Ops 3 Beta aufzunehmen sie ist rausgekommen ich habe ein zwei Runden gespielt und dann muss ich jobtechnisch halt leider ein bisschen kürzer treten für einen kleinen Moment und ja dann war es schon mit der Beta vorbei es tut mir wirklich wirklich leid aber worauf ihr euch verlassen könnt ist dass am Releasetag definitiv einiges rauskommen wird eine Folge rauskommen wird sorry ich war gerade ein bisschen verwirrt weil auf einmal wo spawnen die denn wo ist denn der Spawnpunkt von denen ich habe die Modus noch gar nicht so oft gespielt muss ich sagen aber ich finde ich habe einen Totenschädel kann ich den anziehen schade ach wir sind wir unendlich ja das ist ja cool oh hier geht es ab alter wo haben wir den denn der Schwede wir waren ja richtig schlecht aber weiter geht weiter geht weiter geht oh das 200 Zombies hat gewonnen okay ich schneide hier und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde wieder so und dann bin ich auch wieder zurück hier Minecraft Zombies spielen diesmal Katakliff alter 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 also ich könnte mir vorstellen Leute die nicht unbedingt eine vernünftige Internetleitung haben ähm den könnte das ganz schön schwerfallen das hier zu spielen wirklich sexy oder was Leute Leute ganz im Ernst was ist mit euch nicht richtig was ist mit euch nicht richtig klar der ist dort den ersten hätten wir schon mal den auch was bist du für einer alter okay okay alright 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 da Zombies kommen da hinten noch an D Um Up get up us up 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 Hier ist doch dort. Wo? Jungen. hier kommt keiner vorbei oder vielleicht doch na los jetzt das ist ja echt eine festung hemsklamm hemsklamm ist uneinnehmbar oder auch nicht wo will er hin was ist denn das finde scheiße hier das team der zombies hat gewonnen ärgerlich schade haben erst 27 skulls alles klar ich glaube da hänge ich auf jeden fall noch eine folge an wir sehen uns dann gleich wieder so und da bin ich wieder zurück auf der map florenz und ja wie schon gesagt ich habe das mit der black ops 3 beta echt verwendet es tut mir super 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 leid ich verspreche am release tag von black ops 3 wird definitiv was rauskommen richtig schöne folge kommen hier irgendwie noch weiter aber man kann dieser jump and run mäßig oder auch nicht wo die map gefällt mir die ist so schön verwinkelt naja wie florenz halt ist wenn ihr noch nicht in florenz gewesen seid kann man echt empfehlen so wo geht natürlich los da ist der erste tabi da kommen sie alle ich kann nur noch ich konnte nicht mehr sprinten ein kleiner augenblick ach die haben ja auch bögen da war ja was ähm nicht so geil sagt mir bitte nicht zombies zombies okay liebe freunde wir sind glaube ich fast er hat eine vergiftete keine schnitte keine schnitte aber ist auch nicht so schlimm dafür dass ich die modus im ersten beispiel ist das schon ganz in ordnung abwart aber dass die zombies auch im bogen haben manche davon finde ich halt äußerst fair alter was ist denn los okay zombies haben gewonnen alle wildscher sind zerstört ja das war unser modus zombie ich denke mal wir werden ihn bestimmt auch öfter spielen mit dem sascha und den live salat zusammen der live da hat ja schon ein kleines video dafür raus gehauen und ich bin mir ganz ganz sicher dass wir es mit dem sascha auch zusammenspielen und zu dritt dann gucken ob wir hier was reißen können ja bis dahin macht's gut haut rein und ciao out